Big Girls on Pride Big Girls on Pride Big Girls on Pride Big Girls on Pride So meine Damen! Dürfen wir mal Platz nehmen bitte? Ich hab euch auch lieb, aber könnt ihr nicht mehr entsetzen? Hehehehe Krüfer! Jetzt möchten wir euch noch mal was zeigen, was wir letzte Saison beim Karneval auf Herrentotette mal beobachtet haben. Leider haben wir bei Dennis, seiner Mutter, was beobachtet. Sie hat was gefilmt. Das haben wir hier gesehen. Und jetzt spielen wir das nach. Viel Spaß! Ja! Ja! Es war schon pinke Lied durch die Pflicht der Straße ein Wörter zu! Toll mal drehen wir mal! Das war ein Händler! Wenn man es ja leider nicht sieht, die hat gerade die gute Fälle. Vielen Dank. Danke, danke, danke. Man muss ja gar nicht mehr wissen, oder? Was hat hier? Aber… Wasился hier vonhst du? Nein, das war's. Nein, nein und ich nehme mir mir vor. Nein, das war's. Und das der Schaden als Krieger. Alles gut, egal. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.